Seid gegrüßt Freunde von dem besten NPC hier im Spiel. Er glänzt damit, tot zu sein und das ist es, was jeder gute NPC tun sollte. Oh, das war ne gute parade, ehrlich gesagt. Ich hab es pariert und zwar mit meinem mit meinem face das ist das gibt mir das so ich hege die schwere vermutung dass wir gleich hier nach rechts gehen müssen tu was ich töte dich sonst offensichtlich hast du keine sehr gute tiefen war hier nicht mehr jemand offensichtlich nicht okay alles klar dann soll es mich auch nicht interessieren so dort sind viele viele leute die viele böse dinge im sinn haben ich bin der beste bogenschütze im spiel der saß hier oben müssen wir glaube ich hin ich bin mir nicht ganz sicher ich bin nicht so oft hier gewesen ich fürchte nein und meine furcht war wahrlich begründet wir können nur gewinnen den wl 1 das ist immer noch besser als er einst das bleibt ja 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 ich entsinne mich ich entsinne mich an dich weil du eine faggot bist eine perfekte kleine faggot mit einem flammbärg so hier können wir nämlich weiter und dann kommen wir zu einem leuchtfeuer das brauchen wir theoretisch nicht denn das wichtigste haben wir gemacht von dem boss geknöppelt und wir haben das gebiet durchschritten aber wir können trotzdem hier lang gehen kardusius wundschild das war ficker du fucking patze du gefärbt ich habe glaube ich einen counter treffer gesetzt und einen kopfschuss auf jeden fall hat er ja nicht viel freude mit uns was zum fagger was ist das denn okay ich weiß wo du sind könnte ich aufs dach springen ohne zu sterben das ist die frage mit ziemlich großer sicherheit nicht oh da ist der käfigmann käfig man käfig man du machst was der käfig man kann da oben ist unser freund und der hat den großbogen in der hand ja das ist gut oh das ist ein kristallechsenmann monster wesen und dort ist dieses schrullige monstrum der saß da wirst du deinen hässlichen pot gefüllt mit gulasch nach mir ja dich voll erwischt machst du dann kannst mich treffen du bist zu dumm er ist zu dumm so die europa land okay hier haben wir ganz viele freunde freundliche gesellen alle sand bestückt mit feuerbomben nach scheiße weil fliege nicht weit genug ich würde fast das wort verschwendung in den mund nehmen deswegen nehmen wir uns lieber die hier ja hier sind schwarzpulver fässer und die leute hier haben feuerbomben das resultat daraus ist der tod deswegen vermeiden wir das ja die pfeile fügen weiter gute arbeit prima auf jeden fall hast du noch was getötet zwar nicht mich aber besser als komplex verfehlen so ich habe hingegen nicht verfehlt denn ich bin ein sehr guter schwitzel wenn man mir eine halbe stelle zeit lässt umziehen nicht war in der tat so du bist interessant komm herr zu mir fucking 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 yeah der saß ja oh nein ja glücklicherweise hast du den botte hier nicht geworfen und mir nichts gedroppt vielen merken für gar nichts scheiße okay hier war eine kleine party zugange hier ist eine menge los gewesen und wir kriegen hier die seele eines unbekannten recken dort sehen wir unser leuchtfeuer hier ist das leuchtfeuer wir sehen es zwar nicht aus gründen die mich bekannt sind aber hier müsste das leuchtfeuer sein ich schwöre euch das wie muss sein vielen dank für den feuer clown ring du bist ein sehr sehr netter bursche und ja ich werde dir nichts tun ich schwöre dir nichts zu tun auch wenn ich die schwerter hier gerade in beide hände nehme und mir deine füße ansehe ohja hmmm tarantino würde das nehmen entschuldigung die eau von london hat mir das befohlen ich konnte nichts dafür hier okay kensin fucking vergebildon holen Nun, wir sind sicherlich in einem Rausch von sich immens entladenden Gefühlen. Obgleich sich unsere Gefühle wahrscheinlich unterscheiden werden, bei mir überwiegt ein bisschen die Traurigkeit und ihr werdet wahrscheinlich lachen. Und das ist auch völlig zu Recht, denn ich mache mich hier völlig zum Affen. So, hier vorne sind wir gestorben beim letzten Mal. Lasst mir überlegen, wo zum Ficken ich hin muss. Okay, wir müssen, alles klar, wir gehen hier hoch, dann gehen wir da durch, dann landen wir hier und dann weinen wir ein bisschen. Käse und Wein. Ich habe allerdings die Tür geöffnet, das heißt, ich kann hier abkürzen. Oh ja, ich bin so klug. Große Klugheit durchflutet meinen Anus heute Nacht. Oh yeah. Ich kann sogar extra abkürzen, denn ich habe hier diese Bröcke. Diese Bröcke. Und ich weiß sie zu nutzen. Nicht wahr, Freunde. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Ich bin so klug wie ein bisschen Beige. Was kriege ich von euch? Seele eines verfluchten Leichnams oder so. Ich habe einen Blutbissring bekommen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Ich bin es. Laufattacke, Laufattacke. Hoi, hoi, hoi. Ja. Jetzt habt ihr endlich gesehen, wie ich diese Riesenratte getötet habe. Ich hoffe, ihr seid nun glücklich. Die Kinder der Riesenratte werden jetzt alle verhungern. Stopp das Bullshit. Ich bin heavy. Oh ja. Meiner Wegen. So, Jarl of London. Wir haben den Typen hier vor uns beschossen. Beim letzten Mal. Wir befanden uns übrigens hier oben. Da gehen wir auch gleich hin zurück. Nicht wahr? Mein Freund, bist du vertraut mit den Lehren von Jarl of London? Ja, ich schicke dich zu ihm. Denn ich habe ihn getötet. Zwar nur indirekt, aber ich meine, er ist tot wegen mir. Deswegen kann ich das auch behaupten, wenn ich das getan habe. Nicht wahr? Das kann ich, in der Tat. Oh, ihr seid glückliche Halunken. Nicht wahr? Ihr lebt und erfreut euch an eurem hüllenartigen Dasein. Und ich ignoriere euch einfach. Hi. Die tun uns nichts. Wir ignorieren sie. Das ist der Kreislauf des Lebens. Da oben wollen wir hin. So, hier haben wir irgendwas getan. Ich glaube, wir haben irgendwas geöffnet, damit wir hierherkommen. Oh, I don't know. I don't know such a thing. Oh no. What have I done? What have I done? I'm such a fool. Such a fool! Oh no! Oh no! Ja, Hyperarmer hat er auf seinen heißen Angriff gerufen. Das heißt, wir können uns nicht gegen ihn wehren. Es sei denn, er hat er gerade nicht an. Dann hat er gar keine Balance und stirbt einfach so. Und er droppt mir nie was. Ich bin so traurig. Ich habe da gerade eine Leiche gesehen mit einem Item. Und diese Leiche befindet sich hier oben. Fall runter! Und gib mir deine Shinies. Leider fiel sie nicht. So, hier sterbe ich beim letzten Mal. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wie. Ich weiß nur noch, dass ich auf eine sehr amüsante Art und Weise dämlich war. So wie es das häufig ist, nicht wahr? Ihr könnt mich nicht treffen. Ihr seid zu dumm. Kontertreffer. Hahaha. Wie wäre es mit ein bisschen... Oh no. So. Yo, Londo. Das hat gesessen. Sehr schön. So, hier ist das Item. Das Item, das wir wollen. Beim letzten Mal habe ich versucht, einen Fallangriff zu machen. Diesmal werde ich einfach die Pfeile gefallen lassen. Und das funktioniert auch. Ein bisschen besser sogar als zuvor. So, komme ich hier auf irgendeine Weise rein. Ich denke, ich muss von hinten hineinstoßen. Wie. So, wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Ich bin ein glücklicher kleiner Knallfrau. Oh no, I hate you so much dad. I hate you. I hate you too my son. I hate you so much. Titanitscherbe bekommen. Schön. You always cry and you cry and you gonna cry and cry more and more and more and more. So. So, hier ist nichts zu finden. Außer dieses Wagenrad hier. So, das war's. Und wir bekamen ein Leuchtfeuer. Große Freude erfüllt das Herz des Mannes. Der einst so frisch aussah und nun hatte er einen gammeligen Leib mit einem sich andeutenden Loch an seinem Herzen. Über seinem Herzen. In seinem Herzen. Irgendwas mit Herzen. Okay. Jetzt ziehen wir uns wieder an, denn es kann sich niemand ansehen, ehrlich gesagt. So wie wir aussehen. So ein schönes Gebiet. Dort hinten sehen wir die weiße Birke und die zahlreichen Großpfeile, die hier ins Gebiet hämmerten. Das ist eine Nachricht eines Entwicklers, denn ich spiele offline die ganze Zeit schon. Dort ist das Item, das wir herunterschossen. Ja. Ja. Indeed. The curse of want is the curse of... Wir haben die Partisane bekommen. Hm. Du triffst mich nicht, denn du bist zu dumm. Guter Wurf. Der war... Oh. Schade. Ich dachte wir könnten ihn noch töten in dieser Folge, aber wie es scheint sind wir nicht mehr dazu in der Lage. Wir haben leider keine Zeit mehr. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Wir sind in der Tat nicht in der Lage ihn zu parieren. Ich glaube das Timing ist anders. Los. Gib mir die Macht von... Yo! Landoa. Das war sehr gut. Mein Timing ist ziemlich schlecht. Ich heile mich nochmal. Und dann tue ich so, als hätte ich nicht verfehlt. Und alles wäre gut gewesen. Hi. Hi. Möchten wir uns unterhalten über einen Mann aus Londor? Der Name ist Yoel. Ich kriege ihn nicht mehr pariert. Die Timings sind... Fürchterlich. Fürchterlich. So Freunde, ich hoffe ihr hattet Spaß in dieser Folge. Ich hatte ihn, bevor ich versucht habe 40 mal diesen Gegner zu verreden und dann versagte. Beim nächsten Mal geht es weiter. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.